Ich bin hierher gekommen, weil ich die Toten ehren und die Familien der Toten und Verletzten und weil ich das polnische Volk auch um Vergebung bitten will. Ich schäme mich für das, was ihrem Land von deutschen und im deutschen Namen angetan worden ist. Und ich muss mich für das, was ich die Toten und die Toten und die Toten in der Landschaft. Vielen Dank.